So liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Infamous Seconds. Wir müssen heute... Aua! Seid ihr bescheuert? So, heute geht es darum wieder Frachtcontainer von Helis zu lösen und die unsere Conduitzellenfreunde zu befreien. Deine Container steht hier nirgends neben mir, aber wir haben noch zwei an Bord. Ich muss jetzt gerade nur suchen wo der eine ist, weil wir noch ein bisschen was laufen müssen. Ich arbeite mit der Nähe und Kraft momentan, weil ich damit die Wände hochlaufen kann. Wir hauen jetzt erstmal gerade ab. Da oben ist zum Beispiel einer. Uh, der wird schwer und der zweite hier unten, der auch, aber okay, der kriegen wir hinten. Zweiten kriegen wir hinten. Ne, der ist hier kein Problem, der kleine hier vorne. Ich weiß, dass wir jetzt gerade... Alter, wie hoch das ist. Zack. Der eine müssen wir gucken. Aber den hier kriegen wir hinten. Moment. Äh... Okay. Okay. Soviel sind wir, die kriegen wir locker hin. So. Container befreit. Jetzt fehlte noch einer. Weil der vor allem sehr, sehr hoch ist. Okay. Okay. Das war schon mal nix. Das heißt, wir bräuchten dann sogar schon fast ein höheres Gebäude. Wir dürfen nicht auf die Heli schießen, das ist das Problem an der Sache. Äh... Leiser. Okay. Nein! Geh doch an! Ich habe einen Ticken zu kurz gesprungen, also das würde nicht einfach werden, jetzt den Konteller da zu holen. Weil der vor allem sehr so hoch hängt. Okay. Kommst du mal bitte her jetzt hier? Na gut, der Vorteil ist für uns, der fliegt immer dieselbe Route. Jawoll. Gelöst und fertig. Okay, wir haben sogar noch einen. Geilts. Natürlich dürfen wir schön das Feindheitsgebiet jetzt durch. Da oben ist der letzte. Geilste. 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 So, an dem Fall machen wir noch ein bisschen was andere Aufgaben. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier den Container-Bisitz gut bekommen. So blödes Scheiß, kann man das mal ausmachen. Wie kriegen wir das jetzt hin? Das haben sie natürlich geschickt eingefädelt hier. Was sind diese Tricks Kameras? Das Problem ist, dass wir jetzt gerade sehr, sehr hoch müssen. Das hat Drecks Heli muss hier her. Ah, der muss hier her. Ich glaube, der kommt nicht dran. Ich glaube, der fliegt eh die Route, ne? Und das war der Letzte, ja. Das hängen. Ihr dürft diese Leute nicht mitnehmen. So. Oh, ist der Action gerade hier. Ich muss mich gerade ein bisschen weghalten hier. Ja, super. Ich lege mich doch am Arsch. So, die Scherben mal wegholen. So. Boah. Viel haben wir ja nicht mehr an Feinden. So, Fahrzeug zerstört. So, Fahrzeug zerstört. Das ist doch scheiße so. Du kommst doch nicht auf den Mond und trifft, der trifft dich mit drei, vier Stein. So, ich darf, ich darf die Engel nicht äh... Ich darf jetzt, das sind meine Engel, äh, die Typen, Mann. Ha, nerv ich nicht. Der geht auch nur auf mich gerade. Ja, ist gut. Ja, mein Gott, ey. Du stehst da einmal mit Ton rum und kommst nicht mehr raus und dann war es das für dich. Was ist eine Schlacht, ey. Das ist die OP. Da ist es das Problem gerade. So, Auto zerstört. Da kann Gott sei Dank jetzt nichts mehr nachkommen. So, der ist auf jeden Fall weg. Das ist scheiße, wenn man mich sieht. Die geilste Zeit. So, jetzt kommen mal die Heidys über zu mir. So, der ist tot. Hau da ab von mir. Ich muss jetzt wieder ein bisschen Bewegung begeben. Jetzt fehlen jetzt eigentlich nur noch zwei von den komischen Läufern, weil diese... Dann weiß ich, wo das Problem liegt. Da ist es gleich aufgebraut. Nein, 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 nein. Das darf nicht sein. Lass mich jetzt nicht hängen, Mann. Ich kann das nicht mehr. Eugene. Nein, nein, nein. Bleib bei mir. Eugene? Eugene? Komm schon mal. Du kannst nicht einfach mit mir Schluss machen. Naja, alles klar. Einer geht natürlich durch. Hört auch los, jetzt bin ich alleine gegen die zwei Hainis. Ich hab keine Engel mehr. Das ist unfair. Ja. Ja. Das ist ja die Kacke hier. Ja. 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 Wie geil ist das denn? Ja, ist gut. Ich hasse das, wenn ich da nicht einfach... Wenn ich... Sauber, das ist ein Offizier weg. Warum geh ich da auch rein? Oh, das war ich. Wie leicherlich, ey. So, ich kann nichts weitermachen. Gut. So, sind die tot jetzt, oder was? Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Ich habe sie für dich weit geklopft. Eugene, wenn das hier vorbei ist, zeigst du mir dann, wie das geht? Du bist unwürdig! Du bist echt ein Sack, wenn du zum Engel willst. Weißt du das? So, ein paar Leute. Das war's. Boah, Gott sei Dank, Alter. Wart für eine Mission. Ah, sieh mal an, wer zurück in der realen Welt ist. Ja, du hast mich überzeugt. Ah, ich glaube, ich gebe den Menschen noch eine Chance. Na, dann sage ich im Namen der Menschheit... Danke. Ja, also, schlimmstensfalls enttäuschen sie mich wieder. Dann halte ich ihn mit Höllenfeuer ein. Hm. Die Engel, ja, geschafft. Puh, was für eine Mission, liebe Leute. Was für eine geile, aber geile Mission, auf jeden Fall. Und das kann man so mal eigentlich als Helfer gehabt. Ich brauche keinen Rauch. Ich brauche... Video. Video. Gut. Mut. Mission abgeschlossen. Eine Trophäe haben wir bekommen. Da haben wir noch Mission auf der Karte. Eigentlich gerade nett, ne? Gut, jetzt müssen wir als Einzige nur noch die Viertel befreien, ne? Weil wir haben keine Mission mehr. Wo bin ich denn überhaupt momentan? Da. Oh, gut, dann können wir hier weiter... Können wir ja quasi hier weitermachen. Ich brauche vorhin hier Neon erstmal. Aber das sollte nicht das Riesenproblem sein. Wir haben schon wieder eine weitere Mission. Ich komme nicht dazu. Ich komme nicht dazu. Irgendwie gerade... Mal die Städte einzunehmen. Und einmal kurz... Ah, das ist Video. Ich dachte wir in Neon. Okay. Dann würde ich sagen, wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei... Let's play Infamous Second Son. Und dann geht's an die Röcke. Liebe Leute, bis dahin. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Bye. Wie gesagt, Infamous Second Son.